Hallo Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Das ist mein Mod. Hier war mein Kratzer. Wir werden heute Kürbis geschnitzen, wie ihr vielleicht seht. Wir dachten, das ist eine coole Idee für ein Halloween-Video. Wir fangen jetzt an. Erstmal mit dem Aushöhlen. Ich glaube, das wird Jahre dauern. Das ist das Schwierigste. Den Koffer machen. Wir holen noch einen Löffel. Wir werden zwischendurch einfach Schweizerdeutsch reden. Außer wir haben so Steps wie jetzt. Dann werden wir das Ganze auf Hochdeutsch erklären. Das ist mein Kürbis. Das ist dein Kürbis. Ja, ich hoffe, es kommt irgendwas cooles zustande. Lass einen Like unter dem Namen da. Schuiz. Ja, schon jetzt. Der erste Stich. Ist das einfach gut? Nein, nein, nein. Jetzt habe ich das nicht gestochen. Ja, jetzt muss ich. Ja, so. Oh Gott. Guck mal, wie das gibt. Ja. Ich würde nicht den brauchen. Bei mir doch mit Brothegel. Oh, shit. Jetzt müssen alle schauen, dass ich auf der gleichen Höhe bin. Ich bin so dumm, dass du nicht gegen mich bist. Man fragt sich, warum hast du einfach ein Wunsch geblieben? Oh, da ist ja Wasser rausgekommen. Boah. Ja. Jetzt teigst du. Das ist verdammt. Ja, weisst du. Was erwarte ich schon? Nein. Was? Nein. Wie komme ich jetzt wieder hoch? In dem, dass du... Ja. Oh, scheisse. Bist du gekommen? Du bist gekommen. Du bist gekommen. Du bist gekommen. Du bist einfach hinten. Du bist einfach... Du bist einfach... Scheisse einfach ab. Ich kann mir die Bücher so machen. So. Das ist schon so lange nicht mehr gemacht. Keine Bilder, wo du siehst. Siehst du? Das ist doch noch so schlimm. Ich kann dir... Warte, warte, warte. Hey! Ja. Warte, warte, warte. Es schmeckt zufrieden. Wer hat's gelegt? Oh, das sieht so geil aus. Oh, das sieht so geil aus. Oh, hinten drauf noch. Oh Scheisse. Das ist das Kmo. Oh, der schneller ist. Oh, der spritzt. Wie ein Möpp zu dir sieht. Jetzt ist es besser, oder? Aber jetzt könnte es vielleicht ein bisschen übersteuert sein. Was ich mache, würde ich durch die Box nicht da. Ich würde durch die Box da hinten dran. Ja, weil ich höre es mir, aber es mir braucht. Schau mal, wir müssen still sein. Oh Gott, du kannst das nicht mehr. Oh Gott, nein. Du kannst es zurückdrehen. Das wird so nicht gehen, mit dem Edi. Ich frage mich gut, ob wir vielleicht ein bisschen vorwitzig sind. Die Frage ist jetzt, was für ein Design. Ich frage mich, ob ich Red machen soll. Red? Wäre ein bisschen schwierig. Ich frage mich. Wie hart drin. Aha. Sie sehen gar nicht. Warte. Oh Gott, das wird ja noch los. Es ist schwierig zu sagen, wie dick er ist. Ich frage mich. Ich frage mich, dass der abnormal Creaky aus wäre. Scheisse. Was ist das gerade für eine Lache? Eine richtige Roslache. Das wäre... Meine Idee. Wie... Einfach so. Das ist red. Ja, das ist red praktisch. Wo ist der Techo? Dein Techo? Nein, nicht meiner. Der vom Stift. Hier. Was? Ach, ach. Ich brauche nur den Boden hier. Dein Techo kann auf irgendeinen T-Shirt dreckig werden. Ja gut. Es ist sowieso zu spät. Ja? Nein, nein, nein. Vielen Menschen. Ja, sorry, ich habe verkalkt. Ah, das Wallen rufen wir an. Wieso rufen wir nicht an? Weil du immer dran gehst. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich von innen oder von aussen abtragen soll. Von innen ist es zuerst gäbiger. Aber ich mache jetzt zuerst alle aussen und dann mache ich dann noch dünn. Nein, bist du... Ja, ist ja gleich. Ich drohe dir Messer nicht an. Jetzt passiert etwas dünn. Du würdest sie aus Versehen selber abstechen. Oh, der ist noch weiter. Gut, besser als dieses wird Scope. Ich hoffe. Ist das eigentlich eine Wertkammer? Ich würde sagen, ist das eigentlich eine Challenge? Ich würde es schon sagen. Die Frage ist, um was? Um einen YouTube-Kanal. Du musst mal Schweizer Käse wetten. Der ist sehr wertvoll, oder? Ja. Jetzt sind die Videos sind fast ein Klick. Fast ein Klick! So einen halben. Weil bei Julie Babes im Dings-Video auch der 1,6 Klicks. Ja, du hast auch nie Kater oder nie suchst. Irgendwann stüffst du noch... Ich habe ja Angst vor dem Kater. ... 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